Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Fallgefahrenen Goldenkompison mit dabei, 85 Witta und ein kleiner Wuff. Hallo. Ja, Witta hat es rausgefunden, er hat es mal wieder nicht abwarten können, jetzt mal Aufnahme machen. Ja. Ich hatte mir ein kurzes Video angeguckt und sagen wir mal so, es war nicht so hilfreich. Aber durch einen einzigen Klick, den er gemacht hat, konnte ich das ganze System erklären. Also, dieser Knopf, den müsst ihr euch raussuchen im Buch. Ich zeige hoffentlich, seht ihr das mit der Maus. Müsst ihr euch raussuchen. Bei der Maschine war das relativ einfach, der hat ja nun vier Stück. Jetzt gehen wir mal auf das Malwerk. Und da müsst ihr euch diesen Punkt raussuchen. Den vorne. Das Ding einfach nochmal ab und zeig es nochmal. Ja, das könnte ich nochmal machen. Ähm. Genau, so. So, also. Ihr wisst ja jetzt, dass hier überall die Dinger sind. Dann nehmt ihr euch diesen Hammer des Ingenieurs. Rechtsklick. Ja. Rechtsklick. Mit Absicht. Anscheinend. Oh ne, wo sind jetzt meine Golems hier runtergefallen? Und fertig. Warte mal, ehrlich, ich glaube ich habe die lang verschollenen Golems gefunden. Ach da. Wie süß. Ich bring sie mal kurz hoch. Ja, mach das. Gut. So, jetzt müssen wir natürlich den Strom wieder anschließen. Das macht Yoshi. Ja, das kompliziertere darf immer ich machen. Ja, das ist anschließend. So, als nächstes brauchen wir dann den Diesel-Biodieselgenerator. Jetzt brauche ich die blauen, Yoshi. Malwerk nicht für dich? Dann brauchen wir doch erst das Malwerk. Ja, wir können ja die Liste von oben nach unten hin abarbeiten. Wenn ich noch kurz die Golems wegbringen, dann ist euer Raum auch gleich fertig dafür. Okay. Ja, ich bräuchte dann... Oder ich? Die leichten Maschinenblöcke und dann bräuchte ich die in blau. Blau. Okay. Genau. Okay, du brauchst leichte Maschinenblöcke. Jo. Leicht. Ja. Und dann brauchst du wieder die in blau. Genau. Wenn wir das schon alles bauen können, dann können wir das mal machen. Hier, acht Stück wieder? Äh, was? Von den blauen acht Stück. Und von den leichten Maschinenblöcken kannst du gleich mal einen ganzen Schwung machen. Ja, hab ich schon. Und von den schweren vielleicht auch noch. Brauchst du Schwere auch? Ja, ja, kannst du auch gleich mal herstellen. Dann können wir das gleich alles zeigen dann. So, gut. Genau. Genauso würde ich aufbauen wie den anderen. Genau. Sorry. Ähm. Gibt es hier so viele Silberflöcke? Nein, nein, nein. In der Mitte freilassen. Ja, ja. Ne, in der Mitte kommt nämlich wieder so ein leichter Metallblock rein. Ein leichter Maschinenblock rein. Genau. Und jetzt wieder alles. So. Fertig? Und jetzt? Tada! Ein Fermenter. Kann das Vieh nicht einfach mal weggehen? Wir wollen hier was zeigen. Komm mal ab, komm mal ab. Genau. Jetzt haben wir den Fermenter. Hier können wir... Was können wir hier rein tun? Äh. Das ist jetzt übrigens nur Stromerzeugung, ne? Das ist jetzt nichts anderes, ne? Da können wir dann Weizen... Körner auch reinschmeißen. Nein, Weizenkörner will er nicht. Achso, falsche. Hier können wir Zucker reinwerfen zum Beispiel. Ne. Warte kurz, wir müssen das rausnehmen. Hier muss rein... Weizen. Weizen müssten wir noch genug haben. Oh mein Gott, er braucht Weizen. 134k, warum? Ja nö, dann können wir das auch gleich mal benutzen. Ja. Das ist nicht cool. Halt da! Achtung, Creeper! Achtung, Creeper! Erstmal hochspringen, alles liegen lassen, was man in der Hand hat. Erstmal alles fallen lassen. Na? Ich weise nochmal darauf hin, dass dieses Trampoli total scheiß angebaut ist. So. Da da echt das Fenster offen, das durchzieht. Ja. So, und jetzt haben wir hier Ethanol und hier haben wir Pflanzenöl. Okay. Das nächste auf unserer Liste ist dann... Der Biodiesel-Generator wahrscheinlich. Wir brauchen acht Stahlgerüste, habe ich. Leichte Maschinenblöcke, habe ich. Und Blechblöcke brauchen wir noch. Blechblöcke muss er hat. Warte, hier bitte. Ist das eigentlich jetzt groß genug hier? Ja. Also, die, 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 die Sachen sollten auf jeden Fall reinpassen. Soll ich es noch größer machen? Oder? Ja, schön, deine Meinung nach? Na, na, alles lang. Okay. So, dann gucke ich in das Buch. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir den großen Diesel-Generator. Diesel-Generator? Ja, genau. Der... Ah, hier. Jetzt brauche ich den Schwern, der kommt dorthin. Schwere Maschinen. Und jetzt kommt dort einer hin, dort einer hin, dort einer hin, dort einer hin, dort einer hin. Und dort einer hin. Genau. Die können wir für später benutzen. Ähm, dann... Schwere Maschinenblöcke. Da kommen wir mit. Ja, genau. Dann, dann. So, dann haben wir schon mal das. Jetzt können wir schon mal die nächste Etage machen. Auch? Wer da? Generatorblöcke auch? Äh, nein. Halt, falsch. Blöcke. So, jetzt selber nach. Ach. Ja... Ja, Torblock. Ey, wo ist denn der? Hast du mir schon Schwere gebracht? Nein. Das mache ich gerade. Wie viel brauche ich denn? Zwei erstmal. Ne, warte mal kurz. Ähm... Drei. Ja. Erstmal. Wird wahrscheinlich noch mehr werden. Oh, genug Italoil. Ja. Bio. Eben wie nach einem anderen Block. Ne, ne, nur die schweren brauche ich noch. Ah, okay. Wir haben echt hier ein Silberfischchenparadies. Mal die sagen. In jedem dritten, äh, Bruchsteinblock, was ich nicht gesetzt habe, sind immer Silberfischchen drin. Ja. Aber das war's. Oh, ho, 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 ho. Das sieht doch geil aus hier, oder? Ah, das ist mal so ne... Deswegen hat's uns dauernd draus dödelt, wo wir das Malwerk hatten. Das ist das. Das... Genau, jetzt brauche ich ein paar... Äh, Rohre, die die beiden verbinden. Die zwei mit der Maschine verbinden. Rohre. Ja, genau. Rohre, Rohre, Rohre. Am besten zwei Arten von verschiedenen. Hier ist dann wieder schon wieder ein Wasserleck. Wo? Sieh doch nicht. Ist nix. Nix Wasser. Nix Wasser, nur Tank. Ich seh nix Wasser. So, bitte... Ja. Hier, bitteschön. Äh, meinst du die funktionieren? Ja, das sind Flüssigkeitsdinger. Äh... Okay. Boah, wo? Wasser ist doch schon weg. Mach mir nicht voll a-a. Wenn's so a-a, muss dann geh aufs Klo. Darf man ja während der Aufnahme nicht, ist ja tabu. Total ungesehen wie die sein. Versteht, da haben sich zwei nicht verbunden. Kannst du die bitte mal noch verbinden? Hinter mir. Das war's da plötzlich, ja. Ja. Welche zwei hätten... Hinter mir. Ja? Äh... Sind immer noch leer. Warte mal kurz... Kannst du mal das rausziehen hier? Äh, so einstellen, dass es hier rauszieht? Ja, genau. Das sollte eigentlich... Ach, warte mal kurz. Wir können das auch hier kürzer machen. Ach, naja. Egal. Jetzt müsste sich das eigentlich füllen. Aber es passiert nichts. Ja, wenn's so ein Rätselnsignal braucht. Und wir sind wieder mal durch. Das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.